Die absolute Zerstörung? Oh, fuck it. Ahahahahaha! Achso, es geht noch weiter. Alter! 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 Hast du ein Rad ab? Ich brauche all Bettmedizin. Die kleine Riko hat nämlich noch Hass drauf. Die ist ja oft genug dran. Ach, jetzt geht mein Bildschirmschoner wieder an. Äh, äh, aus. Äh, doch an. Ja. Auch und braucht auch noch mal Shell. So, zieh dich mal wieder zurück, Süße. Äh, Lulu. Ach, verdammt, ich bin über 15 Minuten. Nein! Nein, 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 nein. Und ich hab zwei Aufnahmen draus. So. Nein! Der hat Refleque. Ich debb. Ich hab's zu spät gesehen. Verdammte Scheiße! Sodom und Gomorra. Ah, fuck it. Äh. Anti-Z, du blödes Arschloch. Jetzt macht er Refleque. Na gut, dann mach ich das auf mich auch. So. Auron, du bist eh nicht so stark. Erstmal ne Poschen. Und dann... Eisgar auf Auron. Das wird Refleque. Das wird reflektiert. Ich blöde Ratte. Nee, das Illuminum wurde getroffen. Ach, scheiße. Jetzt kommt der Müll wieder. Ah, Shell. Das schickt mich eigentlich das Ganze. Scheiße. Boah. Okay. Hab ich mit Titus... Hab ich noch ein bisschen was frei. Passt. Juna. Penis. Okay, aber immerhin. Okay. Rico, meine Süße. Komm schnell. Benutzen. Albed-Medizin. Shell, 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 Shell. Lullo hat noch keinen Shell. Und Auron. Nee, 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 nee. Moment, 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 Moment. Wacker. Ähm. Das muss jetzt so gehen. Bevor der wieder seinen Scheiß-Antizett macht. Du hast noch Refleque drauf. Kannst du? Ja, du hast Refleque drauf. Gut, Alham. Shell. 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 Ich beschwöre mal was. Keine Lust mehr. Kickst du. Hm, hm, hm. So. Gleich hinermachen. Weil der bringt mich dann eh sofort um. Das seh ich doch gerne. Death awaits you. Autsch. Wie viel Energie hast du denn noch? 14.000. Zack. Komm, Volker. Du hast Shell drauf. Ja, hast du doch, ne? Hoffe ich doch. Gut. Schmeiß mal noch mal ne Poschen. Ja. Ja. Schmeiß mal noch mal ne Poschen. Oh man, das ist so eine dumme Attacke, ehrlich. Ja. Bescheiß doch. Meine Güte. Wacker raus. Ich brauch Rico. Erstmal für alle Heilung. Ach komm, was soll's. Ich hau dir jetzt noch mal auf die Fresse. Und mach den Rest mit Bahamut. So, ich will dich nämlich vernichten beim Arsch. Hehehehe. So, Megaflare. Und das sollte es dann auch gewesen sein. Mal einen Schluck trinken. 19.000. Wow. 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 Weg ist er Geil Du wißt du etwas, erzähl mir! Dich mir! Sins... mein altes Mann. Du schiefst deine頭! Sins ist mein altes Mann. Mein altes Mann wurde Sins. Ich weiß nicht, wie oder warum er es getan hat. Ich fühlte ihn. Und als ich das getan habe, wusste ich es wirklich. Mein altes Mann ist die Gefahr. Entschuldigung. Selbst... ...signal, dass Sins ist dein Vater? ... 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 Nein, ich muss... Ich weiß. Wir holen ihn. Ich denke, mein altes Mann will das. Du kämpfst mit deinem Vater? Ja. Kein Problem da. Ah, über dein altes Mann. Du bist sicher, dass das kein Schmerz von Toxin-Dream oder was? Ja. Dann... Chappell. Ich... Ich denke, dass ich nur noch nicht gehört habe. Ich bin ein bisschen confused, ja? Warum... Warum muss alles passieren? Wir lernen, wenn wir kommen. Soon. Jetzt wissen sie es alle. Und ich habe keine Magie mehr. Oh, ruggeldi, ruggeldi, zuggel. Hilfe. So, hier haben wir auf der linken Seite... Na, kann man es sehen? Hier, eine Kiste. Die werde ich jetzt noch nicht öffnen. Da ich weiß, was drin ist. Sondern erst später, zu gegebener Zeit, wenn ich mit dem Spiel... Eigentlich. Ich sag eigentlich. Durch bin. Weil dann hole ich die ganzen Geheimnisse, Sonderwaffen, Schwarze Bestia und 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 und. Also... Damit, äh... Auch Leute, die das nicht... Die Final Fantasy vielleicht mit Hilfe brauchen und nicht ganz verstehen... Das hier nicht alles durcheinander gerät, hole ich diese Kiste erst später. Wie ich das ganz am Anfang auch in Besset schon weiter gesagt habe. Auf der Insel. Aber gespeichert nicht. Gut. Och, herrlich. Verletzige. Wow! Warbulat. 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 W-what are those? Those are faith. A summoning. Someone is using these faiths. Someone is drawing energy from all of them. This many? Who wields power on this scale? Und was sie können? Hey, du wißt du etwas, nicht wahr? Spill die Wurzeln! Schau nicht an anderen für die Wunschung. Dies ist auch dein Geist. Yuni könnte sterben, du kennst du? Nein, Auren ist richtig. Huh? Dies ist unsere... Dies ist meine Geschichte. Was? 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 Hi! Wat! Hey, hey! So Freunde, wieder erwachen wir in einer Art Traum, in einer Rückblende, sonst was. Was das zu bedeuten hat und wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Euer Slagsi.